Hallo zusammen, hier ist wieder Otschala und schaut mich wieder für euch in Battle for Asset unterwegs. Und zwar wollen wir heute wieder so ein kleines Opening-Video machen. Ich habe nämlich wieder ein paar Paragon-Kisten zusammengefarmt. Insgesamt haben wir drei im Momentar, drei Paragon-Kisten und nochmal zusätzlich zwei quasi in der Mache, die wir uns dann abholen können. Die sind ja blöderweise immer einzigartig, deswegen können wir die nicht alle gleichzeitig im Momentar haben. Wir haben dann insgesamt zwei von Mechagon, zwei aus Nasjatar und eine hier von Uldum. Und da kann ein Pad rauskommen aus den anderen, kann dann dementsprechend, wenn ich Glück habe und ich hoffentlich habe Glück, kann mal noch eine Essenz rauskommen. Und diese Essenzen, die bin ich jetzt am Farmen. Und ich hoffe inständig, dass ich jetzt mal die Essenzen kriege, dass ich hier die Worldquest langsam einstellen kann, weil ich bin doch schon eine Weile am Worldquest-Farmen. Gut, genug der Vorworte, ich würde sagen, wir steigen ein. Rostbolzen, machen wir als erstes auf. Und Essenz? Nix war's. Dann haben wir als zweites eine Ankuana-Kiste. Auch nichts. Abkommen von Uldum. Ein Pad ist drin! Hey! Zumindest ein Pad haben wir. Das ist das, was ich am wenigsten haben wollte, aber zumindest dürfte es noch einiges an Gold wert sein. Jetzt schauen wir mal. Was ist das Pad jetzt noch wert? Wo haben wir es? Irgendeins von den Level 1 Pads müsste sein hier. Hier. Wahrscheinlich ist es jetzt nicht mehr so viel wert. Ähm, naja, 23k. Gut, das haut mich jetzt nicht so vom Hocker. Komm, gib mir wenigstens noch eine Essenz. Bitte, bitte, bitte. Okay. Ich glaub, das Spiel gönnt's mir nicht. Wir porten's jetzt einmal weg nach Nasjata und gucken, ob wir da dann noch eine Essenz rauskriegen. Da haben wir dann noch eine Chance. Ich stell jetzt einfach mal auf Heiler um, um so ein bisschen die irrationalen Loot-Götter zu beschwichtigen, weil ich brauche noch die, ich meine die Heiler-Essenz aus, ähm, aus Nasjata, von den Ankoanern. Und wir schauen einfach mal. Vielleicht haben wir ja Glück. Kriegen da noch was raus. Wer weiß, wer weiß. Schade, dass ich aus Mechagon jetzt keine gekriegt habe, ne? Das wäre halt auch noch gut gewesen. Da bin ich ja schon eine Weile am Daily-Machen dran. So, hier, Ankoaner. So, jetzt heißt es nochmal Daumen drücken. Einmal ganz fest Daumen drücken. Bin nichts. Gut, wir haben den Pad gekriegt. X.000 Stunden Dailies gemacht für 23K. Hat sich voll gelohnt, ne? Hat sich richtig, richtig gelohnt. Okay. Gut, das war's wieder mit dem kleinen Video. Leider gab's keine Essenz, aber zumindest ein Pad. Und ja, wenn ihr wollt, ähm, schaut aber im nächsten Opening-Video wieder rein. Ich hoffe, da wird's dann ein bisschen freudiger mit einer Essenz. Und dann sehen wir uns da. Euer Tila. Bis dann. Äh, ciao.